Was geht ab, Freunde? Falls ihr auch so coole Sprays wollt, dann leitet euch das Ganze mit meinem Discord-Server, denn dort habe ich einige Codes gepostet, wo ihr solche coole Sprays bekommen könnt und so eine coole Tarnung. Let's go! Und im heutigen Video werde ich zu Superman und gemeinsam mit Supergirl die ganze Welt retten. Schaut euch das ganze Video heute unbedingt bis zum Ende an, Freunde. Und kommt unbedingt auf meine Fortnite-RP-Map, Leute. Bald werde ich übrigens noch weitere coole Maps veröffentlichen. Kommt da gerne drauf. Ich zocke jeden Tag ab 19 Uhr auf dieser Map hier. Let's go! Falls ihr schon immer mal in meinen Fortnite-RP-Videos dabei sein wollt oder einfach mal mitmachen möchtet bei einem Kurzfilm, dann lasst einfach jetzt einen Like da, abonniert diesen Kanal hier, aktiviert die Glocke und, Freunde, beantwortet mich das vorhin in der Quiz hier richtig. Welcher dieser Skins hier ist heute neu in den Fortnite-Item-Shop reingekommen? Ist es Antwort A, der Basketball-Skin? Ist es Antwort B, der Fanatika-Skin? Oder ist es Antwort C, die Champion-Sirene ist heute neu reingekommen? Ist es A, B oder C, falls ihr euch einen Skin kaufen wollt, benutzt unbedingt Minecraft-Code-Org und schreibt mir die richtige Lösung in die Kommentare rein. Und jetzt, Freunde, schau ich das ganze Video bis zum Ende an. 3, 2, 1, let's go und viel Spaß. Das Auto ist sowas von cool. Let's go! Einfach ein bisschen rumfahren, die ganzen Golddinger drankriegen. Auf geht's in das wunderschöne Ziegenland, mein Lieblingsrestaurant in der Stadt. Ich seh so aus wie ein normaler Jugendlicher, aber in Wahrheit bin ich ein Superheld. Oh, das darf ich, glaube ich, nicht so laut rumschreien. Hey, hey, Ziege, hat man das gerade laut gehört? Meinst du etwa, dass du ein Superheld bist? Ja, das hat man ganz laut gehört. Oh, Mann, hey, hey, Ziege, das darf keiner wissen. Jeder muss denken, dass ich ein normaler Jugendlicher bin. Keiner darf wissen, dass ich in Wahrheit Superman bin. Ja, mir egal. Willst du was bestellen? Oh, ey, ja, gern. Ich hätte einmal den Döner Kebab mit einem Ei ran, bitte. Alles klar, dann sitze ich da mal rein. Okay, mach ich sofort. Oh, Mann, Leute, in dieser Stadt darf wirklich niemand erfahren, dass ich... Oh, warte, meine Blase drückt schnell auf die Toilette. Oh, Mann, dieser Orxy, der wird sich nie ändern. Und, Jungs, wollen wir direkt was essen hier gehen? Oh, ja, ganz genau. Lass uns den Laden aber auch direkt überfallen. Das Ziegenland, die sind reich. Hier gibt's bestimmt viele Schätze zu finden. Los, Jungs, kommt rein. Aber nicht auffallen. Ich red mit dem Kassierer. Wir kommen in den Ziegenland. Was sollen sie bestellen? Ähm, ich hätte einmal... Deine ganze Kasse, jetzt sofort. Richtig, gib uns alles, was du hast. Und zwar schleunigst, sonst müssen wir dich einen Kopf kürzer machen. Ganz ruhig, ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Wo ist das? Oh, Mann, ich wusste ganz genau, dass hier gewaltig etwas schieflaufen wird. Ich hab nur so getan, als müsste ich auf die Toilette. Warte mal, Superman, was machst du hier? Woher kommst du denn bitte? Ich dachte, wir haben dich besiegt. Ich war mir eigentlich nicht sicher, Boss. Wir haben ihn doch besiegt in Alaska. Hahaha, das habt ihr nur so gedacht. Superman, du bist hier, um uns zu retten. Rette mich und mein Kate. Boah, es kann nicht sein, dass du immer noch lebst. Na los, Männer, machen wir ihn fertig. Ich greife ihn als erstes an. Warte mal, was? Du willst mich zuerst angreifen? Oh nein, wie stark ist der bitte? Autsch, man, du wirkst mich ganz schön. Äh, äh. Hä, warum lacht der bitte? Ich würge ihn doch total. Naja, warum ich lache, ist ganz einfach. Das war nur eine optische Täuschung. Du wirkst gar nicht mich, du wirkst die Ziege. Und jetzt komm her. Hä? Äh, äh, nimm das. Äh, zack, ey, bam. Haha, der hat sowas von gesessen. Autsch, wie hast du das bitte gemacht? Mein Kopf tut weh. Ey, das war ganz gefährlich. Ich hätte ums Leben handeln. Dann muss ich wohl ran. Ich greif dich jetzt an. Warte mal, du willst dich angreifen? Na gut, hä, zack. Das war's auch wieder mit dir. Na, da liegt ihr beide schon auf dem Boden. Da bleibst nur noch du kleiner. Oh Mann, das kann so nicht sein. Komm, Männer, wir gehen schnell weg. Oh ja, mach nur, dass ihr wegkommt. Ist besser für euch. Das war ja wieder ein Kinderspiel. Hast du ja tatsächlich geschafft? Oh ja, ich hab's tatsächlich geschafft. Autsch, Mann, diese neue Superman-Kraft. Die lässt mich immer total stark wehren und mein Aussehen einfach verändern. Oxy, das ist echt gut, aber warte mal. Der Schulunterricht beginnt. Wir müssen uns echt behalten. Oh, du hast recht. Unsere Pause ist ja schon vorbei. Na gut, aber hey, Ziege, hör mir mal zu. Du hast niemals irgendjemanden von meinen Superfähigkeiten erzählt, okay? Das muss unter uns bleiben. Natürlich werde ich das nicht, Oxy. Okay, na los. Das ist ganz schön zum Unterricht. Los, 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 los. Oh Mann, Freunde, wir passen auf den Unterricht. Schnell, lauf schon hier lang. Los. Perfekt, der Bus hat uns ganz schön hingebracht. Vielen, vielen Dank, Mr. Busfahrer. Na los, ganz schön. Komm mit, Ziege. Wir kommen noch zu spät zur Schule. Okay, hör mal zu. Kein Wort zu meinen Freunden. Ja, auch nicht zu Ussi. Oh, da ist er ja schon. Hey, Ussi, alles klar bei dir? Hast du etwa einen neuen Style? Hey, Oxy, ich hab dich die ganze Zeit schon erwartet. Hier ist mein neuer Gold-Style. Wow, Ussi, dein Gold-Style sieht ja richtig, richtig toll aus. Oh Mann, hey, Ziege, wie gesagt, kein Wort zu niemandem. Okay, keiner darf wissen, dass ich Superman bin. Ja, ja, okay. Oh, und online, die Schuhe klingeln. Na los, schnell, Leute, bis in den Klassenraum. Wir haben doch heute Herr Dumpfbacken gesehen. Na los, na los, schnell, du bist unbedingt beeindruckt. Ich dachte ja nicht zu spät, komm, schnell, 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 los, 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 los. Oh Mann, das kann echt nicht sein, Freunde, schon wieder zu spät zur Schule. Schnell, 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 hier lang. Oh Mann, na los, ganz schnell Gas geben. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Oh nein, wir sind zu spät, Jungs. Entschuldigung, der Bus hatte heute Probleme. Okay, Schüler, dann setz euch einfach hin, okay? Oh, ähm, okay, wir setzen uns direkt hin. Na los, Jungs, gerade so noch geschafft. Schnell, 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 schnell. Hey, ihr habt auch gehört, diesen Ladendiebstahl bei den Singlern? Oh Mann, Leute, worüber reden die bitte, hä? Oh ja, ganz genau, und dieser neue Superheld soll anscheinend fantastisch sein. Ja, hab ich auch gehört. Der neue Superheld ist voll krass. Yo, Oxi, hast du das eigentlich mitbekommen? Oh, ey, ja, klar hab ich das mitbekommen. Ist doch logisch, jeder hat das mitbekommen. Oh Mann, Leute, wenn die wüssten. Na gut, ich setz mich direkt hin, äh, zack, ah, direkt hier hinsetzt. Und sie tut es direkt neben mir. Oh Mann, dann kann der Unterricht beginnen. Ey, dieses Mädchen vor mir, Leute, ist die etwa neu in der Schule? Oh ja, sie ist neu, warum? Ach so, nur so, ich hab sie noch nie in der Stadt gesehen. Naja, egal, der Unterricht beginnt. Na los, stell, wir haben jetzt mal her, dumm verangesicht, Matheunterricht. So, liebe Schüler, wir haben jetzt Mathe, aber davor haben wir noch eine neue Mitschülerin hier. Komm bitte einmal vor. Äh, okay, natürlich, ich komm, äh, jetzt direkt vor. Äh, da, 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 äh, okay, äh, hallo, meine lieben Mitschüler. Der heißt Karaden, was? Ganz genau, das ist unsere neue Mitschülerin und sie ist jetzt neu hier in unserer Schule. Das ist mein erster Tag in Ork City. Ich bin echt froh, hier sein zu dürfen. Wow, dieses Mädchen sieht echt total außergewöhnlich und schön aus, Leute. Karaden, was, so einen Namen hab ich noch nie gehört. Oh Mann, ich glaub, ich freu mich an, sie ranzumachen. Was sagt ihr, Jungs? Ja, Ork City, die sieht echt gut aus. Kannst du mal ausprobieren? Ganz genau, probier's doch einfach mal aus. Oh ja, na gut, ähm, hey, psch, 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 du da vorne. Bist du etwa neu in der Schule, ey, ich mein, in der Stadt? Sag mal, soll ich dich vielleicht heute ein bisschen rumführen? Warte mal, redest du hinter mir mit mir? Äh, oh ja, warte, ich schleif mich kurz vor, der Lehrer hat das ja nicht erfahren. Äh, hey, mein Name ist Ork City, wie heißt du? Äh, ich, ich heiße Kara, äh, also, natürlich kannst du mich herumführen, ich kenn hier ja gar nix. Oh, das wird mich echt freuen. Hey, meine Hobbys sind Pizza essen und Gaming, schulde das, Mann. Oh Mann, ich liebe Pizza und Gaming. Warte mal, wozu hast du deinen Controller mit in die Schule gebracht? Ach, keine Ahnung, ich wollte irgendwas mitnehmen, weil jeder nimmt ja auch irgendwas mit. Naja, ähm, hey, Fan, du willst, können wir heute ein bisschen rausgehen, wenn du möchtest. Oh ja, gerne, aber sag mal, hast du von dem Ladenraub heute mitbekommen? Von dem Ladenraub? Oh ja, da ging echt etwas ab. Ich glaub, das war bei der Ziege, nirgends im Superhälter. Warte mal, äh, schau mal, der Mathelehrer hat dich bemerkt. Oh, äh, hey, Mathelehrer, ganz ruhig, okay? Bitte die neben dem Gespräch jetzt einstellen, Ork City, wir schreiben jetzt einen Überraschungstest. Oh, ähm, hier hast du meine Nummer. Ja, okay, es tut mir leid, Herr Pupelnase, ich setz mich direkt wieder auf meinen Platz. Los, und zack, hier direkt hinsetzen. So, dann teile ich ja mal die Papiere aus und ihr dürft dann direkt anfangen, ja? Jackpot, Ork City, jetzt musst du nur noch warten, bis die Stunde vorbei ist. Oh ja, ganz genau, let's go, man, nur noch warten, bis die Stunde vorbei ist. Das krieg ich hin. Oh man, endlich Schulschluss, Leute, da vor mir ist direkt die neue Schülerin, Karaden, was? Hey, OCC, es funktioniert alles so gut, schaut euch das mal, sie läuft schon vor mir da vorne. Na los, Oxy, das ist deine Chance. Oh ja, na los, Oxy, du musst dir hinterherlaufen. Okay, Jungs, das ist eine gute Idee, na los, kannst du hinterher, na los, badab, badab, da vorne läuft sie schon. Und, hä, was macht sie denn da vorne, hat sie etwa eine neue Freundin gefunden? Na ja, egal, so, aber badab, einmal hingehen, guten Morgen, Mr. Hausmeister. So, zack, 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 da vorne ist sie ja schon. Äh, hey, Karaden, was, und hast du dir schon was zu essen geholt? Zack, setz dich doch einfach mal hier neben mich. Äh, mir schon was zu essen geholt? Warte mal, wo kann man sich etwas zu essen holen? Oh, ist doch kein Problem, ich hole dir sofort was, ja? Äh, einen Moment, mein Leut, hört ihr dieses Signal? Das kann es doch nicht sein, es ist wieder Böses in der Stadt, in der Stadt ist wieder ein Fiesling. Oh nein, genau jetzt. Hey, warte mal, ist alles gut? Äh, ja, ja, klar, ist alles gut, ich muss ganz schnell auf meine Toilette gehen, ja. Oh man, das kann es doch echt nicht sein, und schlaufe die Toilette einmal, da, 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 da. Oh man, jedes Mal, wenn Bösewicht in der Stadt sind, dann blinkt meine Uhr auf und genauso wie jetzt. Leute, ich muss mich schnell transformieren, hä? Direkt in meine Rolle als Superman geschnippt. Oh man, das darf ja keiner mitbekommen. Na los, und, schnell einmal mich hier entlangschlagen, sie wird es bestimmt wundern, warum ich weg bin. Äh, einen Moment mal, hä, sie ist ja auch verschwunden, wie kann das denn jetzt bitte sein? Gerade eben saß sie dort noch, vielleicht muss sie sich auch irgendwie auf Toilette gehen oder so. Naja, egal, besser für mich schnell, ich muss die Stadt retten, na los, na los, ich muss mir unbedingt bei, die Zivilisten sind in Gefahr, los. Na los, Gash, der Superman, renn schon in die Stadt, du musst die Stadt retten, schnell, 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 schnell. Einen Moment mal, genauso wie ich es erwartet habe, die ganzen Bösewichte. Oh man, ich glaube es nicht, die haben einfach tatsächlich die ganze Polizeistation eingenommen, diese bösen Bösewichte. Naja, egal, Regel 1 in der Welt als Superman, ich muss erstmal zuhören und die Lage abchecken. Äh, einen Moment mal, hä, wer ist denn das da oben, seht ihr das, Leute? Superwoman ist da und ich bin hier, um euch das Handwerk zu legen. Warte mal, wer ist das denn bitte? Das glaube ich jetzt wohl nicht. Mein Name ist Supergirl und ich lasse nicht zu, dass ihr die Stadt einnehmt. Und wer bist denn du denn? Bist du etwa so eine Art Kopie von Superman? Oh ja, ganz genau, egal wer du bist, wir werden dir das Handwerk legen, ha, 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 ha. Ey, Freunde, wer ist das denn bitte? Supergirl, von der habe ich ja noch nie gehört, was macht die denn bitte dort? Seid ihr euch sicher, dass ihr euch mit mir anlegen wollt? Du bist doch eh nur ein Mädchen, wir werden dich fertig machen. Oh ja, ganz genau, du bist nur ein Mädchen, ha, 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 ich knall dich jetzt einfach ab. Boah, ey, einen Moment mal, was macht sie dort bitte? Na gut, ihr wolltet es nicht anders, und boom. Was war das bitte für ein starker Schlag, sie ist glaube ich auch eine Superheldin. Alter, das hätte ich ja nicht gedacht, die ist ja richtig, richtig heiß. Und willst du auch noch was davon abhaben? Einen Moment mal, das glaube ich nicht. Dein Kollege liegt schon auf dem Boden, jetzt bist du dran. Oh nein, bitte nicht, wieso bist du so stark? Boah, Leute, die ist ja echt unglaublich, lass uns schnell mal ein bisschen näher dran. Und nehmt. Sie hat sich auch noch weggehauen. Alter, wie stark ist die bitte? Entschuldigung, wer bist du denn bitte, wenn ich fragen darf? Äh, warte mal, noch ein Bösewicht. Äh, nein, 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 ich bin kein Bösewicht. Hey, mein Name ist Superman, weißt du, wie sie... Moment mal, wo ist hier bitte hin? Hey, was? Autsch, oh. Was? Wie schnell bist du bitte? Oh Mann, du willst also wirklich kämpfen, na dann? Äh, wo ist er bitte hin? Das kann doch nicht sein. Ich bin hinter dir. Hinter mir? Was? Äh, warte mal, da ist ja niemand. Ich meinte auch das andere hinter dir. Zack, ey. Ah, der hat gesessen. Hey, hör mal zu, wir kämpfen beide für die gute Seite. Ja, wir sollten uns nicht bekämpfen. Für die gute Seite, du meinst, du bist kein Bösewicht? Oh nein, ich bin kein Bösewicht. Mein Name ist Superman, weißt du, wer bist du denn bitte? Ich bin Supergirl. Und warte mal, warst du nicht derjenige von heute Morgen? Äh, oh ja, ganz genau. Ich hab hier im Ziegenland nebenbei die Superschurken besiegt. Und jetzt ist dieser Abfall schon wieder da. Oh Mann, ich hasse Superschurken. Äh, warte mal. Äh, du übernimmst das hier. Ich muss ganz schnell wieder weg. Tschüss. Warte mal, ganz schnell weg. Wie meinst du das denn? Hey, ganz ruhig, warte doch einfach mal. Du kannst ja einfach weggehen. Oh Mann, ich muss auf jeden Fall hinterher. Hey, wo willst du bitte hin? Wo ist hier denn auf einmal hin, Leute? Sie haben ja verschwunden. Oh Mann, mich hast du noch nicht besiegt. Komm her. Moment mal, Supergirl hat dich noch nicht fertig gemacht. Na dann, komm her. Nimm das. Bam, ey. Ah, na los, der hat gesessen. Da bist du weggeflogen, oder nicht? Autsch, das hat echt weh getan. Lass mich entfrieden. Oh ja, ich werde dich entfrieden lassen, gleich nachdem ich dir ein paar Trachtprügel eingegeben habe. Zack, zack, zack. Ah, na los, weiter geht's direkt. Du bleibst auf dem Boden, hm, oder willst du nochmal aufstehen? Äh, nein, 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 ich bleib schon auf dem Boden, bitte nicht. Besser ist das, wenn ich bin jung. Oh Mann, wo ist bitte Supergirl hingelaufen? Naja, egal. Hey, hör mal zu. Ein Moment mal, ich habe mich doch schon heute Morgen fertig gemacht. Hahaha, so sehen wir uns wieder. Oh ja, so sehen wir uns wieder. Sag mal, wo sind eigentlich deine Kameraden? Hast du die etwa nicht mitgenommen, weil sie Angst hatten? Haha. Ach, die waren zu schwach. Ich habe sie aussortiert. Ach, zu schwach? Na, wie bist du dann, hm? Hm? Wo bin ich auf einmal? Wo du bist? Ich habe mich hinter mich teleportiert. Hallo, jetzt stehe ich hinter dir. Nein, bitte nicht. Ich habe Kinder und Familie. So schade, dass mir das egal ist. Komm schon hoch, hm? Alle da. Oh, oh, oh. Nein, bitte. Oh, was ist das für eine Fähigkeit? Oh Mann, das war's mit dir. Da bist du wohl über alle Berge geflogen. Was war das? Man hat es nicht ganz verstanden So, und jetzt lasse ich die Geiseln breit Jetzt so die Frage, wo sind die Geiseln? Oben oder unten? Ganz bestimmt oben, na los Und einen Moment mal, hier ist hier wirklich absolut niemand Das kann doch nicht sein Oh Mann, wenn die nicht oben sind, dann müssen die bestimmt unten sein Na los, ganz schnell nach unten, hier unten müssen die Geiseln sein Einen Moment mal, was hast du denn hier bitte gemacht? Hey, du Bösewicht, wer bist du denn? Warte, wer bist du eigentlich? Mein Name ist Superman, ganz genau Lass sofort die Geiseln los Oh nein, diese Geiseln brauche ich Die Geiseln brauchst du, wozu denn? Bitte schau dir das mal an, das sind Männer, Frauen und Kinder Bitte rett uns, Superman, bitte rett uns Ich habe Angst, ich will zurück zu meiner Familie Meine Pommes wieder in meine Burger Bitte rett uns, wir müssen mal die Geschäfte machen Bitte lass uns frei Rette mich, ich habe Angst Oh Mann, was bist du bitte für ein Fiesling Dich mache ich sowas von platt Dafür musst du mich erstmal kriegen Und wie ich dich kriegen werde Wo ist der mit hin, Leute? Habt ihr ihn gesehen? Hinter die Superman Äh, einen Moment mal Oh nein, das glaube ich nicht, das ist überhaupt nicht gut Nein, 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 nein Ganz ruhig, okay, ganz ruhig, Mann Ja, 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 komm schon Oh Mann, das hat echt weh getan Mann, bist du stark Was hast du bitte für Fäuste, Junge? Oh Mann, bei mir entkommst du nicht Das sind alles meine Geiseln Oh Mann, ey, was willst du von der Stadt? Was willst du? Ich will die Map einnehmen und die Map Einnahmen haben Was? Oh Mann, du bist super böse Oh nein, ich glaube, ich sitze in der Falle Das ist überhaupt nicht gut Was mache ich denn jetzt nur? Keine Sorge, Superman Solange ich noch in der Stadt bin, bist du noch lange nicht besiegt Äh, einen Moment mal Super Nimm das Sehr gut, oh ja Du hast ihn einfach besiegt Autsch, oh, dabei wurde ich auch weggeschlagen Oh Mann, das war's mit dir Ich und Supergirl, wir machen dich fertig Oh Mann, das kann es doch nicht sein Plan B, aber sofort Warte mal, was passiert hier? Oh nein Hast du das gestillt? Oh nein, warte mal Schau, was ist das Portale? Ein Portale Oh nein Oh Mann, mein Kopf tut so weh Oh nein, ich bin doch ein Superheld Ich muss unbedingt die Welt retten Hey, einen Moment mal Wo bin ich hier, bitte? Oh Mann, das kann es doch echt nicht sein Ey, es brennt Einen Moment mal Da vorne bist du hier Supergirl, warst du oder nicht? Geht's dir gut? Ist alles gut bei dir? Weißt du, wo der Bösewicht hin ist? Oh, wir sind über euch Wir haben alle Zivilisten zerstört Oh Mann, ihr Gauner da oben Hey, Supergirl Komm schnell zur Seite Hey, ist alles gut mit dir? Geht mal Oh, ich denke, das ist überhaupt nicht gut Was machen wir denn jetzt? Oh, Freunde Das kannst du nicht sein Als ob wir jetzt draufgehen wären Äh, einen Moment mal Ich glaub, hinter mir steht jemand, oder? Hey, warte mal Dreh dich ja nicht um, okay? Oh, oh, nein, 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 nein Oh, 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 oh Ich bin hinter dir Ohne dass du es bemerkt Nein Oh Mann, das kann es doch nicht sein Hey, wo ist diese eine böse Typin Der uns schon gebracht hat Das kann es doch eigentlich nicht sein Ich und Supergirl Werden die Welt retten Oh nein, das werdet ihr nicht Solange ich noch da bin Oh Mann, wir werden dich sowas von bezwingen Hey, wollen wir zusammenarbeiten und ihn fertig machen? Natürlich werden wir das Na los, auf ihn Na gut, komm her, Mann Ich greife ihn jetzt an Ein, zwei, drei Warte mal, nein Oh, Mann, los Das ist ausgeschnitten Supergirl, hinterher da Äh, einen Moment mal Er hat noch Handlanger dabei Gefort die Hände hoch Was schicke ich dich ins Grab? Was? Oh nein, schnell dahin Oh Mann, die schießen ja auch Supergirl Du musst echt aufpassen, okay? Zu spät, ich hab sie schon Was? Oh nein Oh, oh nein, das kannst du nicht Nein, pass auf Die kriegst du nicht Auch, oh Oh Mann, der hat mir den Bauch geschossen Auch, Mann, das tut sowas von weh Sehr gut, du hast Superman erwischt Wir werden heute gewinnen Oh ja, Superman, das hast du davon Ha, ha, ha Was? Du hast mich gerettet Auch, oh ja, natürlich Ich meine, du bist doch ein Männchen Ah, na los Oh Mann, mein Bauch tut so weh Hey, ist das etwa B, B, Blut? Oh Mann, ihr seid so böse Na los, nehm schon Oh ja, äh, warte mal Was ist das mit dir hinter mir? Ha, 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 mit ihr Habt ihr nicht gerechnet? Na los, kick ihn schon weg Und boom, let's go Sehr gut Und jetzt komm du her Und meine Faust Auch, ey Oh Mann, haben wir sie besiegt? Auch, mein Bauch tut so weh Ey, warte mal Lass mich dich behandeln Na los, komm schon her Warte mal, was? Du kannst dich behandeln? Oh, halt, Moment mal Wie machst du das denn bitte? Tja, das sind eben geheime Supergirl-Kräfte Oh Mann, nimm das Warte mal, pass auf Wir will dich abknallen Nein, lass die in Ruhe Auch Oh Mann, das hat wohl an meinem Kopf geschliffen Ey, du brauchst mich gar nicht zu retten Aber Mann, so unforsichtig wie du bist Brauch ich das sehr wohl Oh Mann, ey, hör mal zu Um sie zu besiegen Müssen wir gemeinsam kämpfen, ja? Okay, aber du bist doch verletzt Da darfst du gar nicht so gut kämpfen Oh ja, jetzt machen wir dich fertig Oh Mann, vielleicht bin ich zwar verletzt Aber eine Sache kann ich immer noch Komm, wir rennen weg, schnell Oh Mann, stell hier durch Ah Müssen da unten irgendwo sein Die Verrückten sind einfach runtergesprungen Oh Mann, wir werden sie noch kriegen Oh Mann, hey, hier sollten wir erstmal sicher sein Na los, schlech dich hier runter Hey, ist alles gut bei dir? Auch, Mann, ich blute, oder? Sieht die Wunde ganz schlimm aus? Oh ja, es sieht schlimm aus Was machst du bloß für Sachen? Schau mal, ich bin ja komplett unverletzt Oh Mann, ich weiß auch nicht Dabei wollte ich doch dieses eine Mädchen beeindrucken Die an meiner Schule ist Kara, Mann Oh Mann, ich als Orxy Das ist so blöd Warte mal Kara, Orxy, äh Ja, ja, also ich heile dich mal Ich wusste gar nicht, dass das Orxy ist Wow, ist das stark Na los, vielleicht können wir uns hier entlang schleichen Vielleicht sind wir dann sicher Oh ja, du hast recht Na los, komm schon mit Hey, an welchem Ort sind wir hier? Bitte, wollen wir echt teleportiert? Ich hab irgendwelche komischen, äh Naja, was ist denn das Totenköpfe um mich herum? Du etwa auch? Ja, ich auch Aber ich glaube, das liegt an diesem Ort hier Der ist mir echt unheimlich Oh ja, das ist ja wirklich Wow, Moment mal, hast du es gerade gesehen? Dieser Ort verleiht uns irgendwelche Fähigkeiten Warte mal, irgendwelche Fähigkeiten? Lass es mich auch ausprobieren Oh ja, probier es mal aus Na los, und schau nur Und zack, warte mal Oh Mann, mit dieser Fähigkeit hat er uns bestimmt hierhin teleportiert, oder nicht? Oh ja, du hast recht Vielleicht ist es ja die Fähigkeit von diesem Typen Das kann echt sein Aber hey, meinst du Wir müssen unbedingt diese Bösewichte finden Oh nein Ihr denkt doch nicht, dass wir uns entkommen könnten Na los, komm schon mit, Benato Wir machen sie jetzt fertig Oh ja, wir machen euch plan Oh nein, sie sind direkt vor uns rausgekommen Das sind sie tatsächlich Aber diesmal lasse ich mir nichts gefallen Nehmt das Ah Ich hab die komplett weggewirbelt Was war das denn bitte für eine Fähigkeit? Hast du das gerade gesehen? Oh ja, das war wirklich krass Wie hast du das gemacht? Ich weiß es auch nicht Aber ich hab dem einen die Waffe entnommen Ich würde sagen, das war's mit euch Was? Wo ist bitte komm der Waffe? Er hat die einfach geklaut Oh nein, du Vollidiot Wie kannst du das nur zulassen? Tja, das war's mit dir Den einen hab ich schon mal besiegt Jetzt bist du dran, mein lieber Scholli Was? Das glaub ich nicht Oh Mann, Supergirl und Superman Woher kommt ihr bitte? Warum seid ihr so stark? Warum wir so stark sind? Na, weil wir fürs Gute kämpfen Oder nicht Weil wir die Guten sind Oh ja, ganz genau Das Gute besiegt das Böse immer Ganz genau Wir besiegen das Böse Mal zu Du hast keine Chance mehr gegen uns Denn ich hab jetzt dich durchschaut Wie meinst du das mich durchschaut? Niemals Oh doch Na los Knall mich nur ab Probier's doch Probier mich abzuknallen Oh ja, das mach ich auch Ich knall dich jetzt ab Warte mal Ich spüre in der Nähe noch eine böse Aura Warte mal Hinter uns auch noch eine Oh Mann Komm her Nimm das Um den kümmere ich mich Bam 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 Hat das etwas schon gesessen oder was? Oder brauchst du noch eine Ladung? Mann, was machst du bitte mit meinem Kollegen? Komm her Aha, dem hast du's gezeigt Jetzt müssen wir nur noch den hier fertig machen Oh ja, den einen hab ich fertig gemacht Jetzt nur noch zu dir, Kollege Schnirschuh Das war's mit dir Bam Und jetzt werde ich dich so was von fertig machen Wo sind die Geiseln? Wo hast du sie hingebracht? Sag uns die Wahrheit Die Geiseln? Die Geiseln werdet ihr erst finden, wenn ihr mich besiegt Aber ich werde ihn niemals besiegen Oh doch Wir werden dich besiegen Los, knall mich doch ab Ich bin stinksauer Deine Schüssel werden wir nichts anhaben Ich bin so wütend Warte mal Was? Wieso kannst du all seine Schüssel standhalten? Warte mal Was? Wie machst du das? Das geht doch gar nicht Ich knall doch gerade auf dein Gesicht Hä? Wie geht das? Was du bist, du bist doch ein Hacker oder so In dem Gelände Jetzt haben wir dich Oh nein, bitte nicht Lass mich in Ruhe Hey, ganz ruhig Wieso geht denn meine Waffe nicht? Ja, Kollege Jetzt bist du hier unten in der Sackgasse Das war's mit dir Ich will sagen Supergirl Auf drei Mach ich ihn fertig Na los, komm hier hoch Na los, hoch mit dir Steh schon auf Das war's mit dir Du wirst das alles bereut haben Oh nein, bitte nicht Lass mich in Ruhe Los, nimm das Nimm das Und Zack, zack, zack Bume Oh nein, was machst du? Oh nein, au Oh, tack Supergirl, ich glaub, wir haben alle besiegt Oder nicht? Haben wir's tatsächlich geschafft? War's das jetzt? Ich glaube schon, aber wir müssen irgendwie hier weg Wo war nochmal unsere Stadt, Ork City? Oh ja, ich weiß auch nicht Ich meine, er meinte zu uns, wenn wir jeden besiegt haben Aber wir haben doch jeden besiegt Es lebt doch keiner mehr Dein totaler Punch hat ihn ins Jenseits befördert Was meinst du? Erinnerst du dich noch an den Typen, der uns überhaupt hierher befördert hat? Äh, einen Moment mal Du meinst doch nicht, dass er noch lebt, oder? Oh, oh nein, das kann's doch nicht sein Wer ist er denn? Den hab ich doch schon längst ins Grab geschickt Äh, das ist zwar nicht der Typ Aber ich glaube, der hat einfach nur seine Gestalt da angenommen Ah, ihr denkt doch nicht, dass ihr mir entkommt Ich hab die Gestalt meines Handlangers angenommen Und jetzt mach ich euch platt Warte mal, was? Oh Mann, das ist überhaupt nicht gut Hey, hast du irgendeinen Ausweg? Was machen wir denn jetzt? Ich meine, auf dieser Anfernung können wir gar keinen Schlag verpassen Und er zieht genau mit der Waffe auf unsere Köpfe Äh, warte mal Ich glaube, unser einziger Ausweg ist jetzt zu rennen Zu rennen? Na gut, rennt schon, komm mit Oh Mann, na los, na los, na los Komm hier in die Ecke, na los, nimm meine Hand Er schießt hinterher, pass auf, pass auf, stell in Deckung Oh Mann, wir müssen hier vor hin, na los Das kann es doch echt nicht sein Warum bin ich jetzt schon wieder in so einer Situation? Warte, er kommt um die Ecke Jetzt kriege ich euch mal schauen Ich laufe jetzt um die Ecke Mal schauen, ob da jemand ist Ähm, was meinst du, Supergirl? Wann wird er endlich merken, dass wir schon lange hinter ihm stehen? Hm, ich weiß nicht, vielleicht jetzt Ein Moment mal, da ist ja keiner, das heißt Ihr müsst hinter mir sein Oh, oh nein, bitte nicht Oh ja, wir sind hinter dir Na los Und jetzt kriegst du das Nimm das Bam, 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 bam Na los, nimm das und das und das und das Oh ja, bam, bam und bam Oh, na los, hau weiter auf ihn drauf Wir machen ihn fertig Oh ja, nimm das Das war's mit dir, mein lieber Johnny Nimm das Nimm das Ja, und jetzt kommt der King Oxygen Oh ja Oh Mann, damit haben wir auch den letzten Gegner besieg So schnell kommt er nicht wieder Der ist ja komplett weit weg geflogen Hey, wir haben's geschafft, oder nicht? Oh ja, du hast recht Jetzt können wir endlich wieder zurück nach Ork City Nach Ork City? Du lebst da auch in meiner Stadt? Oh nein, das hab ich jetzt ein bisschen laut gesagt Äh, was meint, du lebst in Ork City? Ah stimmt, wenn das Ork City ist Ähm, warte mal Du weißt, dass ich Ork City bin Wer bist du denn? Äh, ich muss weg Tschüss Oh, ähm, na gut Oh ja, schnell weg hier Tschüss Oh Mann, das darfst du ja nicht wissen Na los, schnell zurück nach Ork City Vielen Dank fürs Anschauen, Freunde Falls ihr einen weiteren Part sehen wollt Lasst du mir ein Like und ein Abo da Hier rechnen wir für die weitere Gute Fortnite Wie sonst schreibt mir in die Kommentare Ob ihr noch einen Part sehen wollt Bei 1000 Likes kommt direkt Part 2 Bye